Rotenburg Prolog Die ersten Sonnenstrahlen wandern zaghaft hinter dem Hügel, auf dem die Festung Marienberg thront, hervor. Die Morgensonne gießt sanft ihr goldenes Licht über die Barockstadt Würzburg und küsst sie langsam wach. Während das zweite der beiden UNESCO-Weltkulturgüter der Stadt Würzburg die Residenz noch im Schatten ihren Dornröschenschlaf schlummert, wird das erste, ob seiner erhöhten Lage, hell von der Morgensonne beschienen. Auch die berühmte Wallfahrtskirche, von den Einheimischen auch liebevoll Käppele genannt, erwacht an diesem wunderschönen Märzmorgen nach und nach aus dem nächtlichen Schlaf. Die Vögel haben bereits ihr frühlingshaftes Konzert begonnen und die Knospen an den Bäumen und Sträuchern warten nur darauf, endlich zu erblühen. Es ist schon angenehm warm an diesem Morgen im späten März. Schwester Ulrike steigt beschwingt die vielen Treppen zum Käppele hinauf. 247 Stufen sind es, um genau zu sein. Sie wohnt nämlich direkt unterhalb. Schweren Schrittes ersteigt sie Stufe für Stufe und betet dabei. So tut sie auch gleich Buße, da sie gestern Abend ohne Gebet eingeschlafen ist. Obwohl sie in ihrem Leben mittlerweile schon oft das alljährliche Frühlingserwachen erlebt hat, erfreut sie sich dennoch jedes Mal wieder aufs Neue an dem Aufleben der Natur. Die ersten Insekten sind schon unterwegs. Auch ein paar fleißige Bienen fliegen emsig von Blüte zu Blüte, immer auf der Suche nach köstlichem Nektar. Von dem fröhlichen Treiben der Natur inspiriert, setzt sie ihren Weg summend fort. Wie Waldis Frühlingserwachen und Edward Griegs Morning Mood mischt sich jetzt mit dem Gezwitscher der Vögel und dem Summen der Insekten in ihrem Kopf. Jetzt sind es nur noch wenige Stufen bis zum Portal der Wallfahrtskirche. Sie hat schon fast das Ende des 14-teiligen Stationsweges erreicht. Kurz bleibt sie stehen und dreht sich um. Obwohl sie diesen Weg schon so oft gegangen war, raubt ihr der wunderschöne Ausblick auf Würzburg immer noch den Atem. Sie liebt diesen Ort. Das Ensemble aus Kirche und Kreuzweg, eingebettet in einer fruchtbaren Weinberglandschaft, ist nicht ohne Grund als bedeutendes Kleinod des Spätbarocks weltberühmt. Dabei dauerte die Fertigstellung der Treppenanlage ganze 38 Jahre, von 1761 bis 1799. Gut, Ding braucht eben Weile. Eine Generalsanierung für schlappe 4 Millionen Euro erfolgte von 2004 bis 2006, was Schwester Ulrike sehr gefreut hat, da sie schon um den Erhalt des kleinen Oats gefürchtet hatte. Jetzt muss nur noch genug Geld für die Sanierung des Kircheninnenraums zusammenkommen, denkt sie sich. Es wäre jammer schade, wenn so ein prächtiger Bau nicht gepflegt werden würde. Im Laufe ihrer Dienstjahre ist ihr das Käppele sehr ans Herz gewachsen. Am Anfang fand sie den Namen, eine Verniedlichungsform von Kapelle, etwas albern. Aber mittlerweile findet sie ihn genau richtig für das charmante Gotteshaus. Die Wallfahrtskirche zählt nicht ohne Grund zu einer der schönsten Kirchen in der Region Mainfrankens. Das Äußere ist geprägt durch eine zierliche Doppelturmfassade und die markante Dachlandschaft aus Turmhauben, Zwickeldächern und Kuppeln. Das Hauptportal ist relativ schlicht gestaltet, aber die vorgelagerte Terrasse erlaubt einen grandiosen Blick auf Würzburg. Diesen kann Schwester Ulrike aber gerade nicht genießen. Sie ist schon etwas spät dran, um die 9.30 Uhr Messe vorzubereiten. Sie bleibt erschrocken stehen. Die Eingangstür ist nur angelehnt. Als sie die schwere Tür öffnet, weht ihr ein kalter Luftzug entgegen. Zwar ist der Frühling ins Land gekehrt, im Inneren der Kirche ist es allerdings noch sehr kühl. Schwester Ulrike fröstelt es. Ein Schauer läuft ihr über den Rücken. Sie bekommt eine Gänsehaut. Aber nicht unbedingt wegen der niedrigen Temperaturen. Irgendetwas ist anders. Ganz anders. Sie blinzelt ein paar Mal. In der Kirche ist es wie immer sehr dunkel, aber heute wirkt die Finsternis bedrohlich. Ängstlich tastet sie sich zum Schalter im Eingangsbereich vor und knipst ihn an. Lauter kleine Lichter leuchten gespenstisch auf. Zuerst nur ganz schwach. Erst mit der Zeit wird der Lichtschein stärker. Die Lichtschalter für die großen Scheinwerfer befinden sich in der Sakristei. Die Wandbeleuchtung spendet nur diffuses Licht. Auch die matte Erhellung lässt ihr ungutes Gefühl nicht verschwinden. Im Gegenteil. Mit jedem Schritt wächst ihre innere Unruhe weiter an. Vielleicht ist jemand heute Nacht in die Kirche eingebrochen. Schnell schaut sie sich um. Aber es scheint nichts zu fehlen. Die heiligen Figuren und Bilder sowie der Opferstock sind da, wo sie sein sollen. Vorsichtig geht sie weiter das Kirchenschiff hinunter. Dann sieht sie es. Ihr Magen dreht sich um und ihre Knie geben nach. Schwester Ulrike fällt in Ohnmacht. Und dann sieht sie es.